So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut. Awakened Realms hat uns großartige Spiele gebracht, wie This War of Mine, Nemesis, Tainted Grey ist gerade eine Auslieferung, Otherfields wird kommen und jetzt haben sie uns auf der Spiele 2019 Bees gebracht. Bienen-Trendthema auf der Spiele, ich glaube es gab insgesamt 5 Spiele, die mit Bienen zu tun hatten, alles waren jetzt nicht so hoch geratete Spiele, aber die sind immer wieder als Thema aufgetaucht und hier haben wir auch so ein einfaches, wir sammeln Ressourcen, wir kaufen Karten, bekommen dafür Punktespiel. Ich zeige euch einmal ganz kurz, wie das geht in so einer simulierten Zweispielerpartie mit dem Kung Fu Panda und das ist auch wirklich super, super schnell erklärt. Hier oben liegen so Wertungskarten aus, die sind nur für die fortgeschrittene Version empfohlen, aber wenn ihr schon mal ein Brettspiel gespielt habt, könnt ihr die auf jeden Fall mit reinnehmen. Das hier sind die Honigkarten, die wir sammeln können, dafür brauchen wir immer die entsprechenden Ressourcen. Da gibt es halt pro Spieler 5 Stück plus weitere 5, das heißt bei 2 Spielern haben wir 15 Karten, bei 4 Spielern haben wir noch weitere 25 Karten und da gibt es halt super viel in ganz vielen Varianten. Auch bei den Karten hier oben gibt es halt noch insgesamt 2 mehr, da ist zum Beispiel auch eine Instant Win Karte bei, wenn man irgendwie es geschafft hat, 12 Pollen der gleichen Farbe zu sammeln, hat man sofort gewonnen. Das klingt erstmal machbar, ist aber super, super schwer und wenn ich dran bin, habe ich immer 2 Möglichkeiten. Ich kann entweder mir hier so eine Karte holen, dafür brauche ich die entsprechenden Ressourcen. Am Anfang hat der Startspieler eine, der nächste hat dann schon 2 Startressourcen. Wie wir sehen, das reicht noch nicht. Das heißt, wer dran ist, kann einfach Pollen sammeln, nimmt sich 2 Karten, sucht sich eine davon aus. In Anbetracht dessen, was so aussieht, würde ich jetzt sagen, okay, ich nehme diese Karte hier, dann darf ich mir 2 Rote nehmen und alle anderen Mitspieler kriegen, dass das unten ist, also einen Roten. Sprich, egal was ich tue, immer wenn ich was bekomme, bekommen auch die anderen was. Die einzige Ausnahme ist, 3 ist das Limit. Habe ich 3 Pollen einer Farbe, kriege ich keinen weiteren. Das heißt, da kann man schon so ein bisschen gucken, okay, was bringt mir ein bisschen was und dir vielleicht gar nichts. Das wäre jetzt schon mal eine ganze Runde, dann wäre der Kung-Fu Panda dran, würde auch wieder 2 Karten nehmen. Na, hier hat er jetzt nicht wirklich eine Aussage, weil es beides mal die gleiche Karte ist. Also sagt er, okay, Lila, 2 für ihn, 1 für mich. Dann bin ich dran. Ich könnte jetzt schon gucken, wie gesagt, ich bin leider absolut rot drüben blind, für mich ist das hier blau und das hier lila, das hier ist eine Joker-Ressource. Ich könnte jetzt als Aktion sagen, hier, 2x Rot und 2x Lila habe ich, nehme mir diese Karte, die ist dann am Spielende 2 Punkte für mich wert. Und hier wird sofort eine neue Karte nachgelegt. Dabei kann man auch immer hier gucken, ob es irgendwelche Karten gibt, die einem extra Punkte geben. Hier zum Beispiel 3 Siegpunkte für jeweils 5 Pollen-Symbole in der gleichen Farbe. Das heißt, ich bräuchte noch, huch, 3 rote und 3 lila, dann würde ich da nochmal 3 extra Siegpunkte bekommen. Hier sehen wir, manche Karten haben Text drauf, da kann man halt irgendeine andere Honigkarte sofort aktivieren, wenn da eine Aktion drauf ist. Hier bekommt man halt extra Punkte, wenn man Karten sammelt, die sowas nicht haben. Das heißt, das wäre meine Aktion, ich hätte jetzt auch nichts an Ressourcen bekommen. Jetzt könnte Dave halt gucken und Dave sieht schon, okay, er könnte auch diese Karte hier nehmen, also warum denn nicht? Oder er wartet vielleicht, ob er auf so eine Karte mit mehr Punkten wartet, aber naja, er sagt erstmal, weil er auch hier schon am Limit ist, er gibt das jetzt mal aus, zahlt hier 2 rot und 2 lila, ich hoffe, ich lege das mal richtig weg. Und kann sich, er könnte auch die hier nehmen, aber er möchte lieber die hier haben und hat dann ebenso wie ich auch 2 Punkte. Dann kommt hier eine neue nach, da steht es drauf, wenn man sich die bekommt, nimmt man sich hier eine Polle aus irgendeiner anderen Farbe und die anderen Mitspieler dürfen das dann auch haben. Das heißt, egal was ich mache, ich gebe dir dann eigentlich auch immer was. Jetzt bin ich wieder dran, ich habe gerade nichts außer Punkte, also nehme ich mir hier wieder 2 Karten und jetzt könnte ich zum Beispiel, ja, ist eigentlich gerade egal, ich könnte halt sagen, okay, ich nehme diese Karte hier, da bekomme ich rot und gelb und die Mitspieler dürfen sich aussuchen, ob sie rot oder gelb haben möchten. Und da sagt er jetzt einfach mal, hm, rot, ja, nimmt vielleicht mal hier so einen gelben und dann war es das. Ja, und das geht jetzt immer im Wechsel weiter. Er ist wieder dran, bekommt 2 Karten, kann jetzt überlegen, ob er mir die Auswahl lassen möchte oder lieber rot sammelt. Rot hat er gerade noch nicht, hier wird er 2 Sachen bekommen, das eine wäre sogar ein Joker, also je nachdem, wie das gerade gut passt. Er sagt aber mal, nee, weißt du was, ich nehme mal 2 rote, dann bekomme ich auch einen roten. Dann könnte ich wieder gucken, kann ich mir irgendwas kaufen? Nein, also wieder 2 Karten ziehen. Joker-Ressource ist natürlich ganz praktisch, die anderen dürfen sich auch einen Joker nehmen oder gelb. Da kann ich ja gucken, könnte ich danach irgendwas kaufen, kann dabei aber auch gleichzeitig gucken, kann dann Dave irgendwas kaufen und so weiter und so fort. Manchmal hier gibt es halt doppelt, die können sich dann aussuchen, was sie haben wollen. Hier gibt es halt, also das ist im Prinzip immer nach dem gleichen Schema. Hier gibt es sogar eine Ressource jeder Farbe. Wenn ich das nehme, dann dürfen tatsächlich die anderen Mitspieler auch eine Ressource jeder Farbe bekommen. Wie man sieht, ich habe die jetzt nicht so super gut gemischt. Das sollte man vielleicht dann auf jeden Fall tun. Wenn der Stapel hier durch ist, wird einfach neu gemischt und wenn der Stapel hier leer ist, dann ist das Spiel zu Ende. Dann zählt einfach jeder die gesammelten Bienenkarten, die er vielleicht im Spiel gesammelt hat. Das heißt, das werden jetzt irgendwie 7 Punkte plus Punkte, die es hier oben gibt. Oder wenn einer so eine Instant-Win-Karte erfüllt, dann hat er halt automatisch gewonnen. Und das ist das ganze Spiel. Das Fazit ist, glaube ich, ziemlich klar. Das ist ein Spiel, das funktioniert. Das ist nett, das ist einfach gehalten. Das kann man wunderbar als Familienspiel spielen, so Sonntagnachmittag mit der Family, die sonst vielleicht eher wenig spielt. Oder auch Spiele braucht, wo es nicht viele Regeln gibt. Wenn man sowas wie Splendor zum Beispiel mag, dann ist das hier fast noch eine einfache Variante. Da kann man, wie gesagt, noch diese extra Punkte-Karten weglassen. Außer man hat vielleicht zwei, drei Partien gespielt. Und fragt die Leute, hey, wollen wir ein bisschen mehr Pfiff reinhaben? Für so den geneigten Vielspieler, der jetzt wirklich groß viel Strategie sucht, für den ist das was, der spielt da zweimal und dann sagt, okay, das nächste Spiel. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein Spiel ist, das zum Beispiel bei mir in der Familie ganz gut ankommen würde. Das ist offiziell empfohlen ab sechs Jahren. Mein Neffe ist jetzt fünf. Ich denke, abgesehen davon, dass die englischen Texte draufstehen, vom rein spielerischen her, könnte das auch ohne Probleme schon mitspielen. Und ich merke das ja jetzt eben selbst, dadurch, dass ich halt einen Neffen habe, der in dem Alter ist, haben solche Spiele durchaus ihre Daseinsberechtigung und sind für sowas halt super, super, super gut geeignet. Für mich und meine Spielerunden wäre das jetzt auf jeden Fall nichts, außer ich wäre halt irgendwie totaler Bienen-Fan. Und ja, das war einmal Bies, das war es von mir. Vielen Dank fürs Zugucken. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis bald und tschüss. Bis bald. Bis bald. Bis bald.